Hallo zusammen, ich bin der Hadi und ich spiele auch, wenn ich so kleinere Gigs spiele, so eine kleine Bassdrum. Das ist eine 15 Zoll und da braucht man trotz der Größe auch mal einen richtig fetten Punch. Und jetzt habe ich mir mal diesen fett Punch-Biter von Schlagberg zugelegt. Wir möchten gleich mal testen im Wohnzimmer, ob es eben auch tatsächlich so tot wie angekündigt. Bin mal gespannt. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, ich würde sagen, das ist ganz schön fett.